und nach dem vortrag fielen alle schmerzen ab und ich bekam so ein frisches gefühl dass sie gar nicht mehr kannte weil ich immer so müde war und ein glücksgefühl ich kann es nicht beschreiben worte und dem wüsste das kann nur die gesundheit sein ich hatte eine freundin in salzburg und die war blind und kein arzt konnte ihr helfen ich hatte vorher zeitungsberichte gelesen vom geschehen am traberhof bei rösenheim von der großen massenheilungen die durch bruno grünen geschehen sind und tat das ab das gibt es nicht das kann nur ein schwindel sein da mich nicht mehr interessiert und jetzt kam die freundin und bat mich brieflich ich soll sie begleiten nach münchen sie hat keine begleitperson sie will zu bruno gröning sowas nein unmöglich ich kann nicht wie kann die laventaler maria mich um sowas bitten was ist denn los zum gröning will sie ausgerechnet zum gröning und ich soll sie begleiten gröning ist das nicht der wunderheim ein scharlatan ist der zu dem fahr ich nicht schau vielleicht kann er dir auch helfen das ist doch ein blödsinn das gibt's doch gar nicht hin und her überlegt sie hat niemanden als begleitperson und dann entschloss ich mich und sagte ich fahre grete holzbauer lebt 1950 mit ihrer mutter in kärnten in österreich als sie nach münchen zu bruno gröning fährt leidet sie selbst an drei unheilbaren krankheiten wir sind dann bei herrn enderlin in münchen schwabing in einer privatwohnung empfangen wurden und da habe ich mich entschlossen vor der türe ich gehe damit hinein damit ich sie retten kann vor allem scharlatan ich kann sehen dann hören und so hat man mich hinein gelassen eugen enderlin ist heilpraktiker vor dem vortrag bittet der grete holzbauer in ein nebenzimmer und nimmt ihre krankengeschichte auf seit 15 jahren habe ich einen chronischen stirnhöhlen katar die vereiterung ist ganz verhärtet und verkrustet ja ja und außerdem habe ich das gegenteil von zucker krankheit ich habe zu wenig zucker im blut täglich muss ich sieben bis acht würfel traubenzucker zu mir nehmen um überhaupt existieren zu können und trotzdem wenn ich draußen auf der straße bin und nicht gleich eine wand erwischt oder im zimmer einen tisch dann liege ich am boden so schwindlig wird mir oft unter zuckerung nach was ja im kriegseinsatz in jugoslawien habe ich einmal eine gelbsucht gehabt die konnte nicht behandelt werden ich konnte keine diät leben und so habe ich mir ein leberleiden zugezogen ich kann nur noch ein drittel aller speisen zu mir nehmen schweinefleisch speck und wurst das sind das allerschlimmste der arzt hat gesagt ich muss mein leben lang diät halten meine leberzellen sind kaputt wissen sie da war vor 14 tagen eine dame aus frankreich da die hatte dasselbe leberleiden wie sie und die war nach einer halben stunde gesund wie bitte in einer halben stunde gesund wenn ich es ihnen doch sage die kam kranker rein und war gesund innerhalb von kürzester zeit beim gröning gibt es nichts was es nicht gibt eugen enderlin erlebte 1949 am traberhof eine heilung von angina pectoris aus dankbarkeit stellt er bruno gröning nun seine wohnung für vorträge zur verfügung im wohnzimmer warten mittlerweile etwa 50 bis 60 personen bevor bruno gröning kommt spricht enderlin zu den heilungssuchenden und erklärt ihn wie sie die heilkraft empfangen können und irgendwann sagt er dann denken sie jetzt nicht an ihre kranke denken sie dann war schönes oder etwas was ihnen freude macht und das vergesse ich nie ich überlegte wenn ich an was schönes denke kann man nicht schlimmes passieren dabei das gehe ich ein und ich dachte an die wörtersee die nicht beim hinfahren erlebt habe und in dem augenblick bekam gefühle im körper die ich nicht kannte es zog durch meinen ganzen körper von oben bis unten bis zu den armen und fingerspitzen heraus denken was ist denn das jetzt ohne spritze ohne medikament so gefühle und das war das erste mal dass ich den heilstrom empfangen habe als heilstrom bezeichnet bruno gröning die geistige kraft durch die die heilungen geschehen er nennt sie auch die göttliche kraft dann kam bruno gröning selbst und dann so nach einer stunde zirka fragte herr gröning mich wie sind sie nach münchen gekommen und ich sagte mit dem zug und er nein unmöglich ich kann nicht das waren genau die worte die ich meiner mutter gesagt habe beim brief vorlesen nein die fahrer nicht nein um will ich kann nicht die gleiche gäste die ich machte damals und in dem augenblick wusste ich er sieht die ganze szene die sie vor 14 tagen bei uns zu hause abgespielt hat ich habe mich so geschämt so geschämt der am liebsten möchte davon gelaufen und da schaute er mich so liebend verzeihend an und sagte schon gut der zug hat sie hierher gebracht und in dieser eine minute habe ich den glauben aufgenommen dass der man mir helfen kann und nach dem vortrag fielen alle schmerzen ab und ich bekam so ein frisches gefühl dass sie gar nicht mehr erkannte weil ich immer so müde war und ein glücksgefühl ich kann es nicht beschreiben worte und dann wusste das kann nur die gesundheit sein und dann ging ich zu Bruno Gröning und schüttelte ihm die hand und sagte Herr Gröning ich danke ihnen ich fühle mich jetzt ganz gesund und er schaute mich von oben bis unten an und sagte ja sie fühlen es nicht nur sondern sie sind gesund aber danken sie nicht mehr danken sie gott er hat das getan das konnte ich überhaupt nicht verstehen weil ich jahrelang an keinen gott geglaubt habe mit meiner freundin ging ich dann durch münchen der herberge zu mit zu einem glücksgefühl unbeschreiblich und sie sagte auf einmal du der es ruht sag ich mitternacht ist es finster ist es sagt sie nein das ruht und dann schaute ich jetzt intensiv eine rote lichtreklame und plötzlich sah sie alle farben der lichtreklame die darf der straße sichtbar waren und beiden war es so heilig zumut wir konnten nicht mehr sprechen als grete holzbauer am nächsten morgen aufwacht hat sie immer noch dieses frische und leichte glücksgefühl sie hat keine schmerzen mehr und kein schwindelgefühl als ihre freundin sie bittet ihr ein brot mit speck zu machen begeht sie den ärgsten diätfehler dann habe ich gewartet dass die schmerzen der an der leber bekomme wie ich hätte bekommen müssen ein stund zwei stunden drei stunden keine schmerz bin ich wirklich gesund jetzt wollte ich wissen wie das geht wie geht das dass ich auf einmal gesunde ich bin keine erklärung was hat der grönen gesagt danken sie gott er hat das getan gibt es einen gott gibt es wirklich einen gott wo ist er aber es muss einen geben sonst könnte ich nicht jetzt gesund sein und dann erlebte ich etwas dass ich den gedanken bekam ja es gibt einen gott das ist ja der beweis und der ist nicht da oben der irgendwo als geist schwebt der muss ja bei mir sein und dann muss ich wirklich ganz lieb sein dass er mir ohne meinen verdienst einfach die gesundheit schenkt und dann Untertitelung des ZDF, 2020